hat Jatta uns belogen. Wann spielt Amici endlich und ist Ötcher nur noch dritte Wahl? Das und noch viel mehr beantworten wir euch im Community Talk. Moin liebe Freunde der Rautenperle und des HSV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe des Community Talks. Wir haben wieder mal richtig viele Themen für euch parat, aber zuallererst mal Moin Scholle. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du kannst uns heute die heiß begehrten Antworten liefern. Ich hoffe es auch. Ja, wir haben mal wieder ein paar Top-Kommentare und Perlenbeiträge für euch und da starten wir auch direkt rein. Der Sohn war am 2.8. schon und der hatte sich da dem Thema Amici, dem Neuzugang ein wenig gewidmet, indem er gesagt hatte, niemand kann ernsthaft Amici auf die Bank setzen. Er ist da, er ist fit und er ist besser als Narei. Narei ist schlecht, also ab dafür und zu Hansa eh alles gesagt. Ja, das ist ja oft so, dass man vor dem Spiel nicht weiß, was in dem Spiel passiert und hätte er es gewusst, hätte er es mit sicher nicht geschrieben. Insofern, das Spiel gab die Antwort. Trainer Hecking hat die Antwort gegeben. Er hat sowohl Amici als auch Narei auf die Bank gesetzt und lag damit, glaube ich, goldrichtig am Ende. Er hat Amici so noch ein bisschen Zeit gegeben, sich zu akklimatisieren. Narei kam rein, hat getroffen, hat einen sehr vernünftigen Eindruck gelassen in den wenigen Minuten, die er gespielt hat. Also insofern war an dem Abend alles richtig, obwohl Amici dennoch auf der Bank gesessen hat und Narei am Ende sogar noch eingewechselt wurde. Ja, zur Hand ist eher alles gesagt, das mag sein. Ich glaube, wie gesagt, wir haben ja auch hier mit Achmed Aslan gesessen, der auch nochmal erzählt hat, wie wichtig von Spielerseite so ein Spielertyp immer wieder ist und insbesondere auch Aaron Hunt für ihn damals schon war. Und ja, wie gesagt, man hört es jetzt aus der Mannschaft auch immer wieder. Insofern gibt es viele Dinge, die einen Spieler wichtig machen, die man nicht immer auf dem Platz mit dem Fuß am Ball sieht. Insofern warten wir mal ab. Ich glaube, dass da nicht alles zu Aaron Hunt gesagt ist, aber schon sehr viel und vielleicht auch ein bisschen zu viel insgesamt. Wenn euch übrigens das Video mit Ahmed Aslan interessiert und was er da gesagt hat, dann klickt einfach mal hier über Scholle, da findet ihr einen Link und dann könnt ihr euch die entsprechenden Passagen nochmal anschauen. Ja, Narei, klar, vor dem Spiel weiß man nicht, was im Spiel passiert. Ich fand es sehr schön, dass also wie dieser Jubel zelebriert wurde. Man hat richtig gemerkt, Nareis Teamkameraden wissen ganz genau, dass es für ihn jetzt eine schwierige Phase war. Und ja, das war einfach ein schöner Moment für die Mannschaft und zeigt, glaube ich, auch, dass es da zwischen den Spielern auch stimmt. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das, was ja auch Syntax der letzten Wochen war eigentlich immer wieder nett. Also die Essenz der Nachrichten war ja eigentlich die, dass die Mannschaft relativ eng beieinander ist, dass sie sehr homogen wirkt, schon noch nicht so homogen, wie es natürlich noch werden muss, aber zumindest schon so homogen, wie es geht bei elf Neuzugängen in einem Team. Das war schon ein sehr guter Stimmen. Ja, wollen wir gleich weitermachen? Fünfter Achter, fünfter Achter, ein Top-Kommentar von Helücht. Helücht hat hier geschrieben, dass das ging dann darum, dass Berger Ötschern nicht im Kader steht für das Spiel in Nürnberg. Und da sagt er, ordentlich und gut reicht eben nicht, wenn man hinten ansteht und die anderen gut bis sehr gut trainieren. Ja gut, das ist immer sehr relativ betrachtet. Der eine sieht so, der andere so. Ich finde, dass Berger Ötschern sehr gut trainiert hat auch zwischendurch. Und dennoch muss er natürlich besser sein als die, die er verdrängen will, um am Ende in den Kader zu rutschen. Und das ist ihm offensichtlich in den Augen des Trainers nicht gelungen, dass er in jedem Training beweist, dass er es kann, schreibt Helücht ja auch. Aber wie gesagt, er muss natürlich dann auch noch ein wenig zulegen und vor allem auch die Fehler oder die fehlenden Attribute, die Heckingen von ihm einfordert, wie zum Beispiel das etwas schnellere Handeln, das schnellere Spielen, das muss er natürlich noch mit umsetzen, um dann am Ende wieder den Anspruch zu haben und auch wieder von Trainer nominiert zu werden. Ja, aufgrund der positiven Personalsituation in der Endverteidigung sei es logisch, Heckingen, davon Heckingen, dass er Jung mitnimmt, hat er gemacht und er hat ihn aufgestellt und Gideon Jung hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Insofern stimmt es, Helücht hatte eine gute Ahnung hier, dass es die richtige Entscheidung war. Und ja, insofern warten wir mal ab, wie es jetzt in den nächsten spielen wird. Vielleicht hat die neue Frisur ja auch ein bisschen geholfen. Bei Helücht hat er eine neue Frisur? Nein, bei Gideon Jung. Achso, das kann sein. So, siebter Achter und jetzt kommen wir zu einem etwas längeren Top-Kommentar, ne, einem Perlenbeitrag sogar von Horizons. Der Perlenbeitrag beinhaltet eigentlich so die allgemeine Stimmung, die er bei dem Spiel aufgefasst hat. Er sagt, dass das alles geschlossener wirkt, die Mannschaft wirkt geschlossener, also der Eindruck, der auch bei den anderen Top-Kommentaren ja mitschwang und auch in den Blogs immer wieder mitschwingt. Sie sind noch nicht so verschworen wie Heidenheim zum Beispiel, wo man wenig bis gar nichts ausgetauscht hat personell, das ist klar. Die haben auch noch nicht so viel Zeit zusammen verbracht miteinander. Das wird aber dann im Laufe der Saison mit Sicherheit noch ein wenig besser und sich Heidenheim annähern können zumindest. Leistungsmäßig, finde ich, ist der HSV schon sehr wohl auf einer Stufe mit Heidenheim und vielleicht sogar drüber. Ich behaupte, sie sind normalerweise drüber, wenn sie ihre normale Leistung abrufen können. Und das haben sie in Nürnberg ja zumindest angedeutet. Ja, also man hat gesehen, dass sie sich aufgemuntert hätten, dass sie füreinander laufen, dass selbst ein Hinterseer, ein Torjäger sich über die Tore der anderen so richtig wie Bolle, schreibt der Kollege hier, wie Bolle gefreut hätte. Das wäre ein gutes Zeichen für den Mannschaftsgeist. Der respektvolle Umgang intern, den hat er noch beobachtet, dass da immer der eine ist für das eine und der andere für das andere verantwortlich und dass die ganz klar abgegrenzte Aufgabengebiete haben, dass man die Spieler, dass sie nicht überall die Maßen dann ins Publikum gerannt sind, nach ihren Toren irgendwie die Raute geküsst haben und hingestellt haben und so all solche Sachen hat er da beobachtet in dem Spiel in Nürnberg und haben ihm sehr gut oder ihm, ich behaupte mal, das ist ein Ja, aber haben Horizons hier auf jeden Fall sehr gut gefallen und nicht nur ihm, ja auch, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, es wirkt alles sehr organisiert, schreibt er und es sah halt so aus, wie es aussehen sollte von Heckings Ansage aus, es wurde gearbeitet und das wurde in Nürnberg tatsächlich umgesetzt. Eine tolle Momenteaufnahme, sicher nicht mehr, aber einmal mehr die Hoffnung, dass all die Personalentscheidungen der letzten Monate durchaus Sinn ergeben können, sagt er, es sei jetzt erstmal wieder Schluss mit Skepsis und es herrsche wieder Vorfreude bei ihm. Also insofern hat das Spiel zumindest ja schon mal das eine oder andere bei den Anhängern bewirkt und das ist auch nicht zu unterschätzen, im Gegenteil. Ich fand auch den Hinweis auf das Wirken von Dirk Bremser sehr nett, weil man merkt einfach, dass der Co-Trainer auch einen Impact auf die Mannschaft hat und in dem Zusammenhang das Tor von Sonny Kittel zeigt auch, also ich finde es gerade für jemanden wie Sonny Kittel sehr wichtig, dass er positive Signale bekommt, gerade durch Tore, wenn er neu in der Mannschaft ist und... Absolut. Es war ja ein Trick, auch in Anführungsstrichen, man hat sich da weggedugt und er hat drüber weggeschossen. Ich behaupte, dass der Torwart den Ball trotzdem halten muss, ansonsten aber natürlich ist es doch endlich mal wieder schön zu sehen, dass der HSV eine Option sich erarbeitet im Training, eine Variante erarbeitet, die sogar funktioniert. Und das stimmt, das steht hier auch noch drin. Insofern, darauf kann man aufbauen. Definitiv. Ja. Soweit zu den Kommentaren, die ihr bei uns im Blog geschrieben habt. Ihr könnt ihr natürlich wie immer nachlesen. Und ja, kommen wir jetzt mal zu euren Q&A-Fragen hier. Wir haben bei Instagram in unsere Story eine kleine Option eingebaut, dass ihr uns Fragen zuschicken könnt. Heute machen wir nämlich ein kleines Instagram-Spezial nach den Spezialst der letzten Wochen. Und ja, kommen wir gleich mal zur Frage, die wirklich allen brennend unter den Nägeln sitzt. Das sagt man so gar nicht. Egal. Die wichtigste Frage, Scholle, was hältst du vom Auswärtstrikot? Nein. Ach du. Also das ist schnell beantwortet. Für mich das schlimmste, hässlichste Trikot, das ich beim HSV je gesehen habe. Jetzt kommen wir wirklich zu der brennenden Frage. Was ist mit Bacariata los? Kannst du vielleicht die Lage ganz kurz mal zusammenfassen und kannst du vielleicht auch mal umreißen, welche Konsequenzen möglicherweise auf ihn, auf die Mannschaft zukommen? Bei den Konsequenzen kann ich es nicht genau umreißen, weil da sind auch rechtliche Themen mit schwingen damit, die ich natürlich so gar nicht beurteilen kann. Aber natürlich ist klar, die Sportwelt hat die Geschichte über Monate recherchiert, dass Bacariata gar heißt Bacariata, dass er in seiner Heimat schon gespielt hat, sehr wohl in Profimannschaften gespielt hat, dass er sogar in der U20-Nationalmannschaft kam, wie das war, dass er von seinen Trainern dort, die er hatte, von zwei Trainern ist er wiedererkannt worden jetzt beim HSV. Er hat demnach dann, wenn es stimmt, was die beiden Trainer aussagen, hätte er auch sein Geburtsdatum um zwei Jahre verfälscht. Er hätte sich also hier in Hamburg zwei Jahre jünger gemacht, um so die Einreise als Flüchtling sich zu erleichtern. Das wäre natürlich dann erschlichene, das ist nicht genau wie das heißt, aber erschlichenes Aufenthaltsrecht. Und ich glaube, da gibt es dann sehr wohl die Möglichkeit, diesen Menschen wieder auszuweisen und zu sagen, dass das funktioniert nicht. Trotz bestehenden Arbeitsvertrages. Trotz bestehenden Arbeitsvertrages mit Sicherheit, genau. Ich hoffe natürlich, dass es soweit nicht kommt, denn Bakkeriata an sich hat sich, und das hat Bernd Hoffmann ja auch nochmal betont, hat sich hier in Hamburg wirklich tadellos verhalten. Ansonsten, also ansonsten, das muss man immer unter dem Vorbehalt, dass das jetzt natürlich, weil wir wissen es nicht und bis dahin sollte er auch für uns als unschuldig gelten und wir sollten seine Angaben als korrekt behandeln, bis das Gegenteil bewiesen wird. Allerdings gab es natürlich diese Gerüchte schon damals, als er hier war. Er wirkte auch nicht wie ein 17-Jähriger, als er ankam. Also insofern, da wurde schon gemutmaßt, dass er 25 sei. Also noch viel älter, als man jetzt sagt, dass das wirklich sein soll. Damals wurden dann Untersuchungen gemacht von HSV-Seite auch, die das aber nicht ganz genau ergeben haben, was denn dort das genaue Alter dieses Spielers sei. Und es wurden halt verschiedene Untersuchungen angestellt und am Ende wurde der Spieler verpflichtet. Deswegen sehe ich den HSV hier sehr wohl auch in der Pflicht, natürlich dann die damaligen Ergebnisse, die man hatte, dementsprechend auch heute nochmal in die Beurteilung mit einfließen zu lassen. Und wie gesagt, solange nichts Gegenteiliges bewiesen wird, muss er als unschuldig gelten und darf hier natürlich dann ganz normal seinen Job weitermachen. Dass diese Geschichte jetzt diese Woche kommt und dass er ausgerechnet in der letzten Woche... Wo er auffällig neben sich stand, wo der Trainer ihn dann auch im Training immer wieder angemacht hat. Wir hatten es im Blog auch geschrieben, dass er wirklich so schlecht trainiert hat, dass er eigentlich keinen Anspruch hätte zu spielen. Und das nach wirklich sehr, sehr langer Zeit, wo er extrem konstant war im Training auch. Das wird, glaube ich, dann kein Zufall mehr sein. Das erklärt sich daraus, denn er wird natürlich mitbekommen haben, dass diese Geschichte recherchiert wird. Der HSV hat ja auch Anfragen für ihn bekommen. Sein Berater wurde angefragt und bei Kiriata selbst. Er wird auch am Trainingsplatz das ein oder andere Mal angesprochen worden sein von den verantwortlichen Redakteuren. Und er wird gewusst haben, was da auf ihn zukommt. Und sowas belastet natürlich. Und ich hoffe nur, dass sich das Thema schnellstmöglich dann so legt, dass die Wahrheit ans Licht kommt oder die Wahrheit am Ende Bestand behält, wenn es denn so ist, wie es jetzt ist bei Kiriata. Und ja, es muss geklärt werden. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachhaken. Du hast erwähnt, dass dieses Thema ja schon seit der Verpflichtung von Bakaryata im Grunde genommen irgendwo da war. Und ja, da frage ich mich und sicherlich auch viele von euch dort draußen, warum erst jetzt so diese Milizienlage hervorkommt? Und ist das beabsichtigt? Oder warum kommt das jetzt auf? Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch heute schon oder gestern und heute sogar schon wurde ich angeschrieben und da wurde gefragt, ob das jetzt irgendwie von der Sportbild irgendwie sei, um die gute Situation des HSV wieder schlecht zu machen. Ob man irgendwie die... Nein, also da würde ich einfach mal für die Kollegen in die Bresche springen und sagen, das kann es nicht sein. Denn das ist ein Thema, das wurde lange recherchiert. Das wurde ja schon seit Juli und das wurde dem HSV vorgelegt. Der HSV hat sich verweigert, die Fragen zu beantworten. Jetzt haben sie da eine Kette von Indizien, die es zumindest sehr wahrscheinlich wirken lassen, dass Bakaryata hier betrogen hat und haben dann gesagt am Ende, okay, weiter kommen sie nicht. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man schreibt so eine Indizienkette auf, was ja rechtlich schwierig ist, weil ich muss ja, wenn ich etwas schreibe, muss ich mich ja rechtlich unangreifbar machen. Das haben sie in der Form gemacht, als dass sie die Trainer haben sagen lassen, dass der Spieler halt dafür ist und nicht Bakaryata. Haben die mal Fotos rausgesucht. Haben Fotos rausgesucht, haben sie übereinander gelegt. Natürlich, die Indizien sind durchaus so, dass man sagen kann, eine Wahrscheinlichkeit ist da, eine große. Das stimmt, was die Sportbild schreibt. Aber wie gesagt, es ist natürlich dann immer schwierig, eine Geschichte auf Indizien fußen zu lassen. Man braucht eigentlich, finde ich, den Fakt. Man muss etwas bewiesen haben oder beweisen können. Und ja, das ist halt in solchen Geschichten schwer. Deswegen wird diese Geschichte, egal wie oft man intern darüber gesprochen hat und egal wie oft wir auch intern darauf angesprochen wurden, dass der ja in Wirklichkeit schon 23, 24, 28, was auch immer ist, da wurden ja viele Sachen erzählt. Das ist ja auch alles immer so ein bisschen, man soll ja nicht Scheißhausparolen sagen, aber das sind halt, das ist Flurfunk, der funktioniert nicht. Da ist immer was Falsches mit dran. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Und gerade in solchen Sachen jetzt hier, wo man einen Menschen ja damit wirklich auch vor richtig existenzielle Probleme stellt, muss man, muss man, muss man natürlich alles so grundrecherchiert haben, dass man wirklich sagen kann, die Geschichte ist rund, die ist fertig, die ist so, dass man sie aufschreiben kann. Und vorher geht es nicht. Also ich könnte jetzt hier, aber das darf ich natürlich auch wieder nicht, aber ich könnte auch von Geschichten erzählen, die ich schon geschrieben hatte, die aufgeschrieben waren, die dann am Ende daran scheiterten, dass zum Beispiel ein Spielerberater seine eidesstattliche Versicherung zurückgezogen hat, in allerletzter Sekunde, wirklich zwei, drei Minuten, bevor wir drucken wollten. Und wir hatten eben das Tage, Wochen lang vorher, wusste er davon. Und hat dann wirklich Sekunden vorher, hat er dann doch einen Kühle in der Hose gehabt und hat gesagt, ich kann es doch nicht machen, ich muss zurückziehen. Das ist so. Und dann fällt ein Kartenhaus in sich zusammen. Dann muss man darauf verzichten, weil es halt einfach diese Situation gibt, dass man Menschen damit natürlich vor Probleme stellt. Das ist nicht Verantwortung. Ja, bei dem ganzen Thema möchte ich natürlich noch mal darauf hinweisen, dass wir abwarten, bis die finalen Fakten auf dem Tisch liegen und nicht vorher die Gerüchteküche noch weiter anheizen. Denn gerade dieses Thema kann von den falschen Leuten argumentativ verwendet werden und dann entwickelt sich das Ganze in eine Richtung, die wir, glaube ich, alle ablehnen. Absolut. In dubio pro reo. Also insofern immer erstmal für den Angeklagten, solange er bis das Gegenteil bewiesen wurde. So, weiter geht's. Und zwar mit dem User j5n-sgr kommt noch ein drittes Reco für diese Saison. No, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Keiner. Ein weiterer Ton von Pink. Oh, Gott. Bitte nicht. Dann der User TheSecondFace, der fragt, wie steht es um die Transfers von Bates, Sakai, Ito oder Jengicic? Sie sollen alle drei weiter verkauft werden nach Möglichkeit. Sie sollen den Verein wechseln. Das hat man ihnen nahegelegt. Bei Bates gab es zuletzt ein Angebot von, nee, kein Angebot, ein Interesse von Queen's Park Rangers. So wurde kolportiert. Bei Tatsuya Ito sollen Scouts auf der Tribüne gesessen haben, als er für die U21 ein sehr gutes Spiel gemacht hat gegen Holstein Kiel zuletzt. Dann haben wir Godoku Sakai, der in Japan schon erste Verhandlungen geführt haben soll. Vor einigen Wochen allerdings schon. Man ist sich damals nicht einig geworden, weil so ist zu hören, die Spieler, unter anderem halt auch Sakai, die vom HSV freigestellt wurden für neue Vereine, die sollen auf dem Markt zu hohe Preise für sich einfordern. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass sie einfach nur von dem ausgehen, was sie hier beim HSV haben. Denn das ist ja doch durchaus oft überteuert gewesen. Ja. Der User Moritz fragt, warum ist Heuer-Fernandes eigentlich die Nummer 1? In seinen Augen konnte er nämlich in den letzten Spielen nicht so ganz überzeugen. Ja, also die sportliche Einschätzung in den Spielen, die kann man teilen. Also er hat gegen Darmstadt nicht das beste Spiel gemacht. Gegen Nürnberg fand ich ihn jetzt nicht schlecht. Allerdings war auch sehr wenig beschäftigt. Hat dann zwei, drei Mal mit seinen fußballerischen Aktionen, weil er fußballerisch wirklich sehr gut ist, was man im Training auch sieht. Da trainiert er übrigens auch sehr gut. Da hat er natürlich dann ein, zwei Situationen ein wenig überzogen und hat dann auch zwei Befreiungsschläge dabei gehabt, die ein bisschen schief gingen, die auch schiefer gehen könnten noch, wenn es doof läuft. Allerdings muss man auch sagen, dass der Torhüter natürlich jetzt auch erst seit ein paar Wochen dabei ist und in der Vorbereitung ausgefallen ist. Und wie bei den meisten Neuen ist es ja auch so, dass wenn man jetzt einen Neuen holt, dass man dann natürlich auch dessen Transfer irgendwie rechtfertigen möchte, indem man diesen Spieler auch spielen lässt. Beim HSV, beim Torwart ist es natürlich dann nochmal eine andere Sache. Eine Nummer Eins braucht eigentlich natürlich einen gewissen Auftritt. Den muss er sich jetzt erst arbeiten. Im Training ist er gut, wie gesagt. Und Paul Asbeck, dem hat man ja gesagt, da kommt ein Neuer. Insofern ist das jetzt erstmal die Entscheidung von Trainer und Vorstand so. Gehen wir weiter zum User Kilian. Stefan, der fragt, findet ihr auch, dass noch ein Stürmer geholt werden muss? Unangeschränkt ja. Ich sage ja, weil Manuel Winzheimer und Bobby Wood, die Lukas Hinterseer, den meiner Meinung nach noch nicht über das Potenzial verfügen. Ein Hinterseer sollte dieser jetzt wirklich länger ausfallen, auch langfristig zu vertreten. Und das muss man eigentlich dabei haben. Man braucht einen zweiten Stürmer mindestens, der dann am Ende vorne in Frage kommt. Bei Bobby Wood ist es so, dass er sich um 180 Grad im Auftreten geändert hat. Das heißt, er ist wirklich deutlich offener. Er geht auf die Leute zu. Er ist in der Mannschaft akzeptiert. Er macht mit. Er zieht voll durch im Training. Er macht wirklich, er gibt Vollgas. Allerdings ist das allein natürlich noch kein ausreichender Faktor, um am Ende auch wirklich bundesligatauglich zu sein. Und da muss man sagen, sportlich hat er noch Defizite. Und daran arbeitet er. Also wenn er diese aufgearbeitet hat und wieder an seine Zweitigerform von Union Berlin käme, das ist natürlich jetzt im Konjunktiv gesprochen, dann wäre er natürlich eine sehr gute Alternative für Hinterseer. Aber wie gesagt, davon ist er im Moment noch ein Stück weit weg, auch wenn er sich sehr viel Mühe gibt. Onkel Möhre fragt, seht ihr die Qualität in der Kadertiefe als Schlüssel für den Erfolg? Ja, immer. Also das ist jedes Jahr so, dass die Mannschaft meiner Meinung nach am besten performen wird, die auch in der Breite am besten aufgestellt ist. Das heißt, man braucht nicht elf Topspieler und danach nur noch Möhren im Hintergrund, sondern man braucht wirklich tatsächlich dann 15, 16, 17 Spieler mindestens, die das Format haben, in der Zweitliga ganz oben mitzuspielen. Und das hat der HSV inzwischen. Insofern glaube ich, dass der HSV hier tatsächlich anderen Klubs gegenüber Vorteile hat. Ja. Der User hsvfokus fragt, ja, wie schaut es mit Ledgerts Verletzung aus und hat das irgendwelche Auswirkungen auf künftige Transfers? Die Reihenfolge ist ganz gut, weil damit können wir nämlich schon mal gleich die Kaderbreite können wir schon mal anführen als Argument, weswegen es nicht dazu führen muss, dass man jetzt nochmal nachbessert. Denn der HSV hat gerade in der Innenverteidigung natürlich genügend Alternativen. Man hat ein paar Badobolos, man hat einen Ledger, gut, Ledger ist verletzt, aber man hat jetzt einen gesunden Papadobolos, einen gesunden Jungen, man hat einen Everton, der zurückkommt, man hat einen Rick van Dronglen, der sehr gut spielt, man hat auch noch einen David Jonas, den darf man auch nicht vergessen, der in der U21 jetzt zwar auf der Sechs gespielt hat, der aber beim HSV in der Vorbereitung oft auch Innenverteidiger gespielt hat und das gut gelöst hat. So gut, dass er beim HSV dabei bleibt bei den Profis. Also insofern, man hat hier fünf, sechs Spieler für zwei Positionen. Insofern sehe ich da keinen Handlungsbedarf, nur wenn einer ausfällt. Im Gegenteil. Ja. Und dann noch eine kleine, lustige Frage zum Schluss und zwar von Alex Fußballecke, der fragt, qualifiziert sich der HSV per DFB-Pokal für die Europa League? Schön wäre es. Jo, das war es mit dem kleinen Instagram-Spezial. Nächste Woche schauen wir dann mal, was wir machen. Ihr kriegt es auf jeden Fall auf allen sozialen Kanälen mit. Ja, wenn ihr auch weiterhin beim HSV am Ball bleiben wollt, dann folgt uns gerne und wenn euch das Video gefallen hat, liked es, lasst gerne einen Kommentar da und abonniert unseren Kanal. und ja, dann bleibt uns erstmal nichts weiter übrig, als zu sagen, wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall und bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.